hallo und herzlich willkommen zurück zu gabriel night teil 3 befinden uns wieder im hotel mit gabby hat sich umgezogen und wir haben heute glaube ich sehr viel zu erledigen da gabriel jetzt wo die anderen auf dieser führung sind ein bisschen rum schnüffeln möchte und beweise sammeln will ja aber ich denke ich werde jetzt erst mal den zettel da aufheben there's a note on the table sheesh the woman's already in happy drive and we just started this night weird poem too there's an awful lot of blood imagery in this thing arteries veins it ought to be relevant but i'm not sure how das stimmt blut ist wohl irgendwie von bedeutung ich habe ja eine vermutung aber ich werde damit noch etwas warten ach so wir sollen ja das fingerabdruck kit auch noch mitnehmen that's the fingerprint kit grace ordered supposedly she's got it all hooked up to sydney course i didn't use fingerprints on my last two cases i guess we'll see how useful it is ja ich denke schon ziemlich wir haben diese ganzen kennzeichen die können wir doch auch bei sydney abspeichern und dann haben wir hier noch dieses gespräch von dem abt das könnte ich versuchen zu übersetzen das wird auch schon mal anfangen mit unseren beweisen it's sydney the program grace has been working on that's the tibetan llama grace has been talking to he runs a training camp for shadow hunters okay um kann er eigentlich auch forschung bitte i'll let grace to the research stuff she loves it okay analyze translate add data ich glaube damit fangen wir mal an nee 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, from French to English Very cool I'm starting to like this computer Hello Arno here I must speak with the Grand Master Of course it's important Hello I'm sorry to disturb you, sir But I just had a distressing visit From two of Prince James' men They claim Prince James' son Was kidnapped They say they tracked the kidnappers To the Queezer station They seem convinced we are involved That's what I told them I wanted to hear it from you Then who? But they are blaming us They threaten to pull out of all negotiations Until the infant is returned safe I have no idea, I swear It must be some personal enemies of the Prince Perhaps the English Yes Thank you Of course I'll look into it here Goodbye Okay Grand Master Okay Okay Die haben wohl nichts damit zu tun Offensichtlich Auch interessant Okay Was habe ich hier? Ich habe das Tape Das werde ich verknüpfen mit Mit dem Abt Nationality French Okay Link to Suspect Okay Wilkes Moseley Also der verheimlicht schon was Aber ich denke nicht, dass der irgendwie verdächtig ist Hier irgendwas gemacht zu haben Also überspringe ich den jetzt mal Vielleicht bekomme ich dann weniger Punkte Aber Da bin ich mir schon jetzt müßig Okay Lady Howard Aber auch Estelle Stiles Melio Nationality unknown Ja, okay Bokelly Italian Okay Das haben wir Die Frage ist Wie kommen wir in die Zimmer von den Leuten? Also Ich könnte versuchen Diesen Essensaufzug zu benutzen Um bei Emilio reinzukommen Aber das ist ja auch dann das einzige Zimmer Und Ich weiß nicht genau Wie ich das mit den anderen machen soll Ähm Hm Okay Möchte er nicht Außerdem glaube ich, dass das auch abgeschlossen wäre Ehrlich gesagt Hm Ja, aber ich gehe erstmal raus Und gucke dann Monsieur I thought all the guests were out this morning Oh, hey there Ähm Roxanne Haha I decided not to go But don't mind me Carry on Yes, Monsieur Okay Jetzt, ähm Bitte ein Schuh draus Okay Hey, wieso geht er so komisch Ach, Gary It's the maid's cart Hmm I'd love to get into these other rooms today Maybe Roxanne can help me out Okay Okay So hat sie jetzt die Betten Neu gemacht Und jetzt nimmt sie irgendwie ein Reinigungsmittel Und geht wahrscheinlich auf Äh, ins Badezimmer Okay Das heißt Ich muss das irgendwie so timen Dass sie ins Badezimmer geht Und dann muss ich irgendwie reinschleichen Oh nein Oh man Ach du Schade Okay Na ja Gut Ich hoffe ich werde nicht erwischt Okay Da müssen wir jetzt diesen komischen Abzug entriegeln Bei den anderen Zimmern weiß ich aber nicht, was ich machen soll Yep Oh, she's cleaning all right Ich habe Angst Oh je, oh je, oh je Okay Okay Oh shit Okay Sie geht ins Badzimmer und dann muss ich schnell das Ding entriegeln und schnell raus. Dass der auch nicht auffällt, dass ich die ganze Zeit um sie rumlungere. Entschuldige sie, kann ich Ihnen helfen? Nö, nö. Ich gucke Ihnen nur gerne meine Arbeit zu. Und da hin drauf. Weniger rumalbern. Mehr aufpassen. Ja, 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 ja. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ja, bei Madeleine und bei den anderen Frauen weiß ich allerdings nicht, was ich machen soll. Da weiß ich nicht, ob es so einen Aufzug gibt oder nicht. Ich glaube, die haben irgendwelche Luxuszimmer. Na ja, wir werden sehen. Das war's. Dankeschön. Roxy, you have to put on that red light okay ich glaube die zeigt uns immer so ein bisschen was wir machen müssen so kleine hinweise es gibt also keinen aufzug das heißt ich gehe auf den balkon und jetzt haut sie ab und was muss ich dann machen ach so schloss okay schnell 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 okay 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 ach scheiße sie ist nämlich jetzt schon hier drin ich muss schneller sein das ist ja ganz schön stressig hier wuhu 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 Aber sehr hübschützend, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin zu langsam. Meine Hand zittert voll. Okay, 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 okay. Okay, schnell, schnell, schnell. Schnell raus. Oh scheiße, ah ja, sie ist jetzt schon hier drin. Oh nein, ich bin zu langsam. Wo geht er hin? Oh, er ist so doof. Oh, er ist so doof. Ja, er ist so doof, ich bin zu langsam. Oh, ich krieg ein Herz und Wack. Und jetzt rufelt alles. Oh, oh. 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 Oh, Gabi, was machst du denn immer mit deinem Rumgelaufen hier? Du machst es mir nicht gerade einfacher. Und da war er noch. Oh, okay. Oh LinkedIn. Oh Jug? Ohคkaản. ío schnell 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 auf zu ruckeln ich muss nur raus ja nicht eigentlich mit der dame reden vielleicht hätte sie mich auch einfach so reingelassen er kann ja seinen männlichen scherm ausprobieren seine haare regeln das schon ja nur ist sie weg gut okay in welches zimmer möchte ich denn zuerst rein ich glaube von außen kommen wir nur bei den damen rein weil ich ja jetzt diese klinken manipuliert habe bei den herren müssen wir glaube ich diese aufzüge benutzen ich meine ja hundertprozentig müssen wir benutzen das heißt in die 27 könnte ich eventuell schon durch mein zimmer kommen die frage ist wie komme ich bei den anderen männern rein weil da gibt es ja keine verbindung das heißt ich muss in die küche kommen ich weiß nicht ob es unterschiedliche lösungswege gibt ich könnte natürlich versuchen in meinen aufzug zu steigen nach ganz unten zu fahren und zu gucken ob die klappe unten offen ist oder nicht wenn sie zu ist dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen irgendwie kann unten durch die lobby reinschleichen oder irgendwie irgendwas bitten also ja ich werde aber erstmal versuchen bei emilio reinzukommen außerdem finde ich das ist auch ein sehr interessantes zimmer sein wird wahrscheinlich that goes to emilio ok ich muss mal ganz kurz niesen einen moment so da bin ich wieder entschuldigung ok wir sind bei emilio im zimmer ich muss mal ganz kurz eruieren was ich also ich habe fingerabdruck set das heißt ich muss wahrscheinlich in jedem zimmer versuchen fingerabdrücke zu nehmen von irgendwelchen gegenständen und optional wahrscheinlich noch andere beweise zu finden irgendwie herauszufinden was hier abgeht okay die bilder in den zimmern werde ich auch raussuchen wenn ich was finde allerdings ich glaube ich werde das nicht mehr laut vorlesen weil es mir doch ein bisschen unangenehm ist da ich denke dass ich das falsch ausspreche und mich dann ein bisschen zum idioten mache deswegen ja ich suche es raus aber ich glaube ich lese es nicht mehr vor ok was haben wir hier amilio travels with his own food looks vegetarian vegetarisch kasha lentils noodles ok ach das ist dieses warte mal das ist dieses briefpapier hier rennes chateau briefpapier heißt das jetzt er war das oder hotel stationery everyone's got it achso alle haben das ok man könnte ja vielleicht versuchen hier so mit nem bleistift so aber das wurde glaube ich mit nem füller geschrieben ich weiß nicht ob das nen abdruck hinterlässt ehrlich gesagt man is that journal hold it makes the ritter archives look like yesterday's news i wouldn't have taken emilio for a scholar ja also emilio barzer und auch der bukelli sind ja sehr mysteriös da wissen wir ja gar nicht wer sie wirklich sind und woher sie kommen es ist geschrieben in aramaic i think can't read a word of it ok vielleicht ist das ja seine muttersprache ich mein das spiel will uns ja irgendwie so ein bisschen suggerieren dass diese beiden männer böse sind aber vielleicht ist das ja gar nicht so ich mein nur weil sie mysteriös sind muss es nicht heißen dass sie irgendwie bösartig sind ok sein bett looks like emilio sleeping in that bed there's something under the pillow und am kopfkissen dann muss es ja wichtig sein it's a piece of cloth it looks really old maybe it's some kind of good luck charm fingerprint ja von stoff fingerabdrücke zu nehmen ist auch ein bisschen schwer bis unmöglich glaube ich pick up weiß ich nicht ich weiß nicht wie weit das spiel das so umsetzt dass die charaktere merken dass ich hier war es kann sein dass es überhaupt keine auswirkungen hat aber ich vermute mal dass ich alles wieder zurückpacken muss was ich mitnehmen oder einscane oder sowas und dass ich auch diese aufzüge letztendlich wieder zumachen muss weil es sonst nämlich dann weniger punkte gibt es auffällt und ein anderes ende kommt ich weiß es nicht genau aber ich vermute das kann ich das dann wieder zurückpacken guck das wäre nämlich schon das erste was irgendwie ich machen würde dann würde ich das wieder zurücklegen pick up nee ich will das kissen wieder zurücklegen wieso geht das nicht ich meine wenn der hier rein kommt und sieht dass das kissen verschoben wurde dann weiß er doch ganz genau was abgegangen ist und da gabriel der einzige war der hier geblieben ist na das finde ich aber nicht so gut emilio doesn't carry much around does he he must watch the travel channel weil es eine kleine tasche ist das klang aber gerade irgendwie anders naja hmm there's a picture on it oh me kind of an old thing for a muslim to have around also wie gesagt ich bin nicht gläubig allerdings weiß ich dass die bibel und der koran ziemlich viele charaktere gleich haben also jesus und maria und so die kommen auch im koran vor und die werden auch da als heilige gesehen also so ungewöhnlich ist es nicht wobei eigentlich schon weil ich glaube laut dem koran ist nach jesus noch muhammad gekommen und deswegen glaube ich hätte er eher ein bild von ihm wobei ich habe auch mal gehört dass die menschen die ähm allah an allah glauben muhammad nicht als bild haben dürfen ich weiß nicht genau warum aber man darf irgendwie ihn nicht bildlich irgendwie darstellen das heißt vielleicht hat er jesus deshalb weil das andere nicht äh abgebildet werden darf i should try to get some prints of this stuff ach so ja danke für den hinweis oh ähm wie geht denn das also hier haben wir einen pinsel da haben wir irgendwie farbe klebeband und solche kleinen zettelchen okay dann schätze ich mal erst farbe auftragen dann klebestreifen rauf und den klebestreifen mit dem fingerabdruck dran hier ähm ähm fixieren oder muss ich gedrückt halten muss ich no prints strange with that glass plate they should have been prints ja oder wenigstens hier am rahmen oder so aber es kann sein dass er vermutet dass jemand vielleicht irgendwie nachforschung anstellen will und wischt seine fingerabdrücke deswegen weg das macht das ganze natürlich noch mysteriöser aber zeigt auch dass er schlau ist nichts in this bed da schläft er wahrscheinlich nicht drin das das da habe ich dazwischen geredet und das würde ja suggerieren dass er irgendwie hastig aufbrechen musste dass er nur das kleine täschchen hat es ist ein dresser kein nichts nichts ja da hat er doch was nichts in hier aber eine verletzungs ok okay sein zimmer ist ganz schön heruntergekommen was die damen dann mit ihm gewechselt haben und gesagt haben ja für ihn reicht's ne ist ganz schön gemein i wonder if i could see the tour group from here probably not ja denke ich auch nicht weil die halt komplett woanders sind mit der farbe abblättern und vielleicht den ventilator anklicken nein was ist das hier dass der dort der bathroom aha vielen dank das sieht ähnlich aus wenn nicht sogar gleich ja ich weiß nicht ob das irgendwie was geändert hätte wenn wir irgendwie früher in das zimmer geschlichen wären und vielleicht hätten wir dann was im papierkorb gefunden allerdings wäre das glaube ich noch schwerer gewesen weil sie ja dann im vorderen bereich des zimmers gewesen wäre betten gemacht hätte und dann hätten wir richtig an ihr vorbei sneaken müssen ich bin ganz froh dass ich so gemacht habe wenn ich ehrlich bin we got some beer drumming scissors a little shampoo nope nothing revealing in here ja und fingerabdrücke habe ich ja schon ich glaube nicht dass ich mehrere brauche okay dann mache ich jetzt die bilder cute enough to make you puke either that's an impressionist sunset or it's la through the smog just looking at that makes me feel lazy das habe ich nicht gefunden some egyptian scene falls du weißt was für ein bild das ist kannst du es gerne in die kommentare schreiben sowas interessiert mich halt immer mit so bildern oder auch wenn irgendwelche musik vorkommt die tatsächlich in unserer welt existieren sag ich mal ach so ne 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 ich darf da glaube ich nicht raus oder oder ich komme da glaube ich gar nicht raus die frage ist halt wie komme ich raus und kann trotzdem irgendwie den wieder zu machen und die andere frage ist sollte ich das zu machen auf der einen seite denke ich mir ich kriege wahrscheinlich mehr punkte wenn die leute nicht merken dass ich hier war aber vielleicht muss ich ja später nochmal hier rein und dann verbaue ich mir hier meinen weg das heißt ich weiß halt nicht was jetzt das richtige ist naja egal ich überlege schon wieder viel zu viel ich bin jetzt unten das heißt das müsste hier eine tür zur küche sein die frage ist ob die offen ist oh ja baby sneaky sneaky if i started looking in cupboards i'd be here all day besides this is france i don't think i want to know what i'm eating naja ok i believe that device is called a stove gee i hope that's copper on there that reminds me i have some cheese going bad back at schloss ritter it's a list of room service orders it's a list of room service orders lady howard champagne caviar buckelli rotwein baza vapeuris verte salat hmmm ok interesting that baza must be a vegetarian come to think of it i never see him in the dining room ja soll mir das irgendwas besonderes sagen ich meine ich weiß nicht ja damals war das glaube ich ungewöhnlich oder so in den 90ern war das glaube ich noch nicht so weit verbreitet wie heutzutage hey you can fit a lot of french souffles in that baby bet the staff eats here that must be the servants entrance looks like they're prepared for the apocalypse or a schreiner's convention ok 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 i guess that's to prevent the cooks from drinking too much wine they'll think their vision is getting fuzzy ok ok hier haben wir noch eine andere klappe ich vermute mal das wird zu den herren gehen oder also zu den anderen herren meine ich jetzt ok ok that's bucelli's door alles klar dann legen wir mal los wenn das da oben weg ist ok nothing but hotel stationary on the desk how come bucelli gets two beds and i slept on the couch last night weil das das letzte zimmer war und alles andere weg war und dann denke ich ist das auch nicht oder naja that's a somber looking bag rather like bucelli himself i should try to get some prints off this stuff danke für den hinweis blup ruckel ruckel yeah there's a print got it got it Ähm, kein Moll. Nichts. 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 Ich denke nicht, dass er das verwechselt. Er hat noch andere Stifte her. Es ist ein Dressor. Entweder eine Verkleidung oder er ist in der Tat ein Geistlicher. Es ist ein Priest, Schert und Collar. Well, looks like Buccelli's got a hitherto undisclosed profession. Either that or he's really kinky. Eppie. Black pants. Those look kind of formal. It's a stub from a train ticket. I found it in Buccelli's room. It's definitely not a ticket from Naples. Da haben wir den Bumalus, ja. Buccelli came here from Rome. The Vatican, in fact. Unless I'm very much mistaken. Mhm. Also ist er wahrscheinlich im Auftrag der Kirche unterwegs, vermute ich mal. Buccelli's casual wear. Mhm. It's a dresser. Mhm. No clues in there. Looks like your basic bathroom stuff in there. I think that it's probably not relevant. A comb. A comb. That's optimistic of him. Hey. Gabby. Okay, dann mach ich die Bilder. Okay, dann mach ich die Bilder. Ich find die Kleidung eigentlich voll schick. She looks like a Basset-Hound I had when I was a kid. Mhm. Okay. Das hab ich nicht gefunden. It's a floor plan for some cathedral. Mhm. Ist das irgendwie hier wichtig? Wichtig, popichtig? Ähm. Mhm. Kann ich das abpausen oder so? Nope, those don't work together. Nope, those don't work together. Okay. Ach so, warte mal. Kann ich eigentlich das hier machen? Ähm, warte. I don't see any prints. Ja, aber Emilio hat das ja angefasst. Weil ich hab ja jetzt nur von Bukele Zingerabdrücke gefunden bisher. Oder ich hab noch was aber sehen. Oh nein. Okay. Done. That goes to Wilkes' room. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Es ist Wilkes' große Maschine. Das ist ein Riesengerät. Nee. I don't see anything. I don't see anything. Ja, das ist ja auch klar. Denn das Fingerabdruckset soll das ja sichtbar machen. Du Schlaubi-Schlumpf. Naja, gut. If this were our room, I'd be sleeping on the floor. Ja, weil er keine Couch hat. That's as ugly as the one in our room. That's the, uh, prop-it-open theory of unpacking. Nothing in there but dirty laundry. Kann ich den Koffer irgendwie ab? Uh-uh. Dingsen? Na, na, gut. Wilkes' laptop. Must kinda get lost on a lap like he is. Nothing. I'm not exactly a hacker. I probably couldn't make much sense of Wilkes' files. Hm. Kann ich hier keine Informationen irgendwie rausziehen oder so? Wilkes' last... Hm. Hm. He's obviously working on something. Mhm. Jera Madre, Earth-Moving Techniques, Complete Book of the Earth's Strata. Mhm. He's obviously working on something. It's mostly treasure stuff. I don't think it's what I'm looking for. Survey of the Languedoc by Javier Broquette. Okay. It's from metaphysical books. Looks like Wilkes is getting published. Maybe he's not as dumb as he looks. Nah. Hey, hey, hey. Immer schönartig bleiben. Dear Mr. Wilkes, thank you for submitting your book proposal. As you pointed out, Rennes le Chateau is a popular theme for our readership. Your new theory looks extremely promising. The data you've described, and I'm anxious to see it for myself, would add immeasurably to the scholarly work being done in the history of the region, give new depth to the spiritual pursuit of the subject matter, and excite treasure hunters. If you find what you expect to find on your upcoming trip to Rennes, metaphysical books will not only publish you, but I think we can assure you a place at the top of our release list. Please let me know as soon as you have your results. Sincerely, J. Brocklebank, Senior Editor. Aha, der hat irgendwie so einen Buchvertrag am Laufen. Hm, okay. Äh, okay. Kann ich hier... Kann ich hier irgendwelche Fingerdrücke nehmen? No prints. Äh, das war's jetzt, oder wie? Ich hab das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mach. The springs are a bit overworked, but other than that... Hm. He has a plant in the same spot we do. Ah. Hm, 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 hm. Okay. Guy stuff. At least we know Wilkes isn't a woman in drag. They have big teeth down there in Australia. Hm, ach, Gabriel. So, dann mach ich mal die Bilder. Wo fang ich an, da? Looks like the end of north by northwest without the head. A woman lounging around. Typical. Hey! du bist so doof. Wirklich. Ich will lieber wieder mit Grace spielen. Das hab ich nicht gefunden. A diagram of what looks like the earth revolving around what looks like a cross. Somebody needs astronomy lessons. Hm. Now, there's a subject matter you just don't see enough of in fine art. enough of Hinrichtungen? Ähm, weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber es gibt viele brutale Bilder, ehrlich gesagt. die Entwickler vielleicht, ja. Ähm, ja, die Frage ist, muss ich die zumachen oder nicht? Muss ich die zumachen oder nicht? Das weiß ich nicht. ich glaube, ich werde sie auflassen. Für den Fall, dass ich doch nochmal irgendwie da rein muss. Ich werde sowieso nicht alle Punkte kriegen. Ich habe in solchen Spielen nie alle Punkte, also. Für mich ist eigentlich die Hauptsache, dass ich letztendlich ein gutes Ende habe. Wenn das natürlich von den Punkten abhängt, dann wäre das natürlich blöd. Ups, 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 ups. So, dann muss ich noch bei den Frauen rein. Richtig? Ja. Dann haben wir die 29. Ich kenne eine Frau mit Haare wie das . Was ist da? Was ist denn? Oh, es ist einer dieser clever All-in-One-Uniten. Ich glaube, sie haben diese in den 70er Jahren gebaut. Nice taste in clothes. Okay. Wenn du das sagst. A cell phone. Guess Madeline knew this place had limited in-room technology. I don't see anything. Ja. I'm not sure what that is exactly, but I think it has something to do with tracking your position. It reminds me of a tracker, but I don't think that's what it is That's 100 pro Dinger Brücke drauf. 100 pro. Ich weiß nicht, warum er das nicht will. It's a map. The one I saw how using yesterday. I bet you Gracie would love to have a copy of this. I have to bring it back though. Ja, da muss ich unbedingt dran den , dass ich das zurück bringe. Unter dem Bett ist irgendwas. Wow, okay. Äh, also in Amerika ist das ja eigentlich normal, aber wir sind ja in Frankreich. Ich glaube, das ist eher ungewöhnlich. It was under the bed. Guess she doesn't trust the maid. Either France is a lot more dangerous than I thought or Madeline is over equipped. shipt. Yay. There's something on the barrel. I don't don't know. don't know. don't got it. Okay, then. Um, Roxanne must have emptied it. I think it's called Gilding the Lily. Baby, you can't beat a girl who brushes her teeth. She washes her hair, too. That's a plus. I thought European girls didn't shave. Oh, well. Works for me. I like this job. Mm-hmm. I think the girl's got potential. And I think I will leave now. Uh, die Pflanze ist im Weg. Hups, oder? Ähm, ja, dann mache ich die Bilder, denke ich. That artist needs glasses. Wieso? Das ist halt der spezielle Stil. That's all I need to think about while I'm in here. A nude redhead. Mm-hmm. Okay. Put a motor on that boat and that would look like fun. Das sieht auch so nach Spaß aus. A garden path. Charming. Hmm. Sure is, uh, green. Sure is, uh, green. Das hab ich nicht gefunden. I know, I know, it's a city. still makes me thirsty das habe ich auch nicht von mont saint michel gracie told me wagner died okay steht da irgendwas man so michel gehe ich zu lady howard und ist und dann muss ich noch mal alles einscannen und dann muss ich eigentlich auch noch mal gucken ob ich beim abt reinkommen kann weil der ist ja auch in der dateienbank da verdächtige allerdings weiß ich nicht wie ich da reinkommen soll okay ich bin 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 nicht unlike Lady Howard herself. No prints. They've already unpacked. How pointlessly expensive. Those must be Lady Howard's bags. Uh-uh. It's locked. It's locked. Yep, they traded a room with two beds for a room with one. Not that there's anything wrong with that. Nö. Finde ich auch nicht. Also, vielleicht sind sie ein Liebespaar. Ja, oder sie sind zwei Freundinnen, die sich ein Zimmer teilen. Also, sowohl als auch ist jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich. 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 Boy, talk about paranoid. What, do they think someone's gonna break in here? Well, da hatten sie ja recht. It's a file about the Rennes-le-Château mystery. They hid it under the bed. Look at this. It's a sapon rouge. Sopon rouge. Grace will kill me if I don't copy these. I'll have to put them back, though. Old Lady Howard will scream bloody hell. Women. Those look like Lady Howard's clothes. She's got kind of a fruit salad and a blender thing going, doesn't she? Those must be Estelle's. They're way too small for the towering inferno. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, zu diesen Sprüchen. Was drin? Nee, okay. Okay, dann... Das Bad. Look at the size of that bag. I guess Lady Howard needs a lot of help in the morning. The scary thing is, with all of that, she still looks like, uh, well, like Lady Howard. I don't see any prints. I probably should, but I really don't want to. A hand mirror. Now let's see, who would that belong to? Hm, weiß ich auch nicht genau. Ich würde jetzt schätzen... Lady Howard. Hm-hm. 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 Yep, there's a print, all right. Someone's been gripping this, baby. Why am I not surprised? Ja, warum sollte man... Ein Spiegel, den sie mitgenommen haben, wird halt auch benutzt. So. Was ist jetzt nicht, was da so ungewöhnlich drin ist? Tube of... Yep. Suppuration H. Great. Äh, ich glaub, das ist ne Creme, die benutzt wird, wenn man in den Wechseljahren ist. Oder so. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das hat schon wieder so komisch reagiert. So, ja. Manche Leute... ...kommen irgendwann in die Wechseljahre. Das... ...ist halt irgendwie jetzt nicht so sonderlich schlimm, find ich. All right. Oh, jeez. Now, let me guess. That's Estelle's side of the shelf. Hm, so Haargel. Oder ist das ein Deo? Und ein... ...n Kamm. Ja. Estelle's the au naturel type. You gotta admire that in a woman. You don't have to date it, but you gotta admire it. Äh, ja. Okay. Ich werd jetzt gehen. Äh, ja. Ich glaub, dann hab ich alles. Dann werd ich mich mal um die Bildchen kümmeren. Lillipads are a really bad case of eczema. Das hab ich nicht gefunden. God, I hope that's a seashell. Ich wüsste jetzt nicht, was das sonst sein sollte. Aber gut. Der Boy ist ja so ein bisschen eigen. Das kennen wir eigentlich schon, deswegen. She shaped a little like Lady Howard. Though the phrase a little is rather out of context here. Mhm. Prom night. Hall die hübschen Bilder. Oh, baby. Dig those hats. Mhm. Sure is, uh, green. Okay, dann werd ich jetzt zurück in mein Zimmer gehen. Und dann ein bisschen wieder was bei Sydney reinmachen. Und dann, ja, hab ich noch einiges vor mir. Der Abt. Dann muss ich versuchen, wahrscheinlich diese Essensaufzüge wieder zuzumachen. Oder nicht? Aber ich weiß nicht. Ich bin mir unsicher. Und wenn wir unsicher. Vielleicht brauch ich die noch. Naja, ich entscheide das dann. Erstmal mach ich das mit Sydney. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Bevor ich hier irgendwas reinmache, weitermäßig, will ich mir das nochmal angucken, die Karte. Ren Le Chateau and its surroundings, compliments of Madeline. I'll need to put this back before... I found this parchment hidden in Lady Howards' bed. Talk about dedication to a case. Das ist irgendwie eine komische Sprache. Na, wobei, hier steht irgendwas mit Jesus, oder? Jesus, irgendwas... Hmm... Hmm, hmm, hmm... Oh... 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 Habe ich hier noch irgendwas? I don't think I need to scan that into Sydney. Okay. Gut. Aber das ist ja auch wahrscheinlich Latein, oder? Na gut. Mal gucken, was ich dazu bekommen habe. Das können wir auch bei Esther reinmachen. I actually... Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. So, ladyprint. Oh, okay. Habe ich hier noch irgendwas? Nee. Oder? Nee. Dann habe ich erstmal alles. Das heißt, ich muss jetzt bei den Damen die Sachen zurückbringen. Und dann werde ich wahrscheinlich erstmal runtergehen, glaube ich. Denke ich. So, ist es wichtig, in welcher Reihenfolge man das zurücklegt. Das heißt, die erste Seite muss ja oben sein. Also, denke ich, muss ich mit der Seite hier anfangen. Reihenfolge man 2. Ach, er macht das automatisch. Okay, das ist gut. Dann... So, Madeleine. Nein, 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 das war falsch. Okay. 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 So, muss ich irgendwas anderes zurücklegen. Das hier wahrscheinlich, oder? Schätze ich mal. Das fällt doch sonst auch, oder nicht? Muss ich dann wieder zurück in die Küche? Auch das Kissen bei Emilio fällt sonst auf, finde ich, wenn ich das nicht zurücklege, aber ich... Entweder war ich zu doof, oder es geht halt wirklich nicht. Och hier... Das war's für heute. Okay, dann werde ich mal versuchen, das Ticket wieder zurückzulegen. Nein, die funktionieren nicht zusammen. Aber dann falle ich doch auf, wenn ich das nicht wieder alles zurücklege, wo es war. Ja, bei den Damen muss ich ja auch drauf achten. Warum denn nicht bei den Herren? Warum lasse ich da ein Kissen liegen? Warum packe ich ein Ticket nicht wieder zurück? Das verstehe ich nicht. Naja, okay. Vielleicht denkt ihr ja, dass die Damen intelligenter sind und es merken und die Herren nicht. Keine Ahnung. Okay. 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 Let's go. dann werde ich mal runter gehen und dann muss ich mir irgendwie mit mit abt arno noch irgendwas einfallen lassen er hat ihn eben voll verarscht voll gemein ach ich hätte ihn zu den räumen irgendwas fragen können das hätte ich also vorher machen sollen und ich hätte auch mit der küche hier ihn fragen können na gut okay say john i was wondering if you could tell me about the other guest rooms is monsieur unhappy musho is peachy thanks but i was thinking gracie and i might come back sometime you know ah i am most relieved truly your room is one of the finest room 23 monsieur wilkes room is like your own then in the middle of the hall rooms 21 and 27 are a little bit smaller we but they have the dumbwaiter like your room and that of monsieur wilkes so there are four rooms on the dumbwaiter précisément and in the front of the hotel are rooms 31 and 29 they are the best in the house as large as your room monsieur but with the balconies but no dumbwaiter no these rooms they get the room service what about mosley's room room 33 it is a closet for the brooms monsieur i would not recommend it hey john dude you know i am feeling a bit peckish oh i am so sorry i will telephone the cook she will simply have to miss her hip therapy no really i can take care of myself that is if you don't mind me going into the kitchen i can make a sandwich or something of course but i am embarrassed monsieur mortified i apologize most profusely john oui monsieur get over yourself oui monsieur right away okay so hätten wir auch in die küche kommen können dann kann ich jetzt die klappe zu machen ha 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 wenn ich schon nicht diese anderen klappen zu machen möchte kann ich ja wenigstens die zu machen okay dann ich weiß gar nicht wo also der abt hat ein büro und der abt hat ein haus ich werde erstmal gucken mit dem haus und wenn das nicht klappt kann ich ja immer noch in die kirche gehen wenn das nicht klappt kann ich bin ich werde das nicht weg dann kommt mir an die kirche gehen jetzt wird das nicht weg dann idet ihr dann ist das nicht weg so So, hier ist sein Häuschen. Arnaud lives there. He sure has a taste for the morbid. Oh Gott. Einbrechen finde ich aber nicht so... Gut, muss ich sagen. It's the parsonage door. Arnaud lives there. He sure has a taste for the morbid. Was offen? Nee, schade. That window is in the Abbey's office. It's stuck. The wood must be swollen. Hmm. Okay. Tube of... Yep. Suppuration H. Great. What's for a quatsch? Reduces swelling. I wonder if it would work on Moseley's head. Oder an diesem Fenster hier. Hmm. Hmm. I can't believe that worked. Das kann ich auch nicht. Okay. I don't recognize him. There's a label on the frame. Duke of Lorraine, 1983. Well, that's an odd person for an Abbey to have hanging in his office. You'd expect, oh, I don't know, Jesus, maybe? He has lots of books on Rennes-le-Chateau, but they're all in French. Just as well. I don't have time to read anyway. Now, who would Arnaud play chess with around here? Jean, perhaps? Oh, no, monsieur. Not my queen. Seid doch nicht immer so gemein. Ich mag schon. Looks like a drawer to me. Mm-hmm. Over here. It's a French magazine. Wonder why he keeps it in his drawer. I can't exactly read it, but it appears to be about the European Union. Mm-hmm. Okay. 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 Cigarettes? Imagine finding those in a Frenchman's drawer. Okay. Yep. Yep. Prince O'Plenty. Got it. Yoo-hoo. Oh, ma'am. He has lots of books on. I think that goes back to his little house in the cemetery. Cozy. Nah, I don't think I'd find what I'm looking for back there. It's open all the way. Ja, so. Na ja, gut. Dann werde ich das mal bei Sydney abspeichern. Aber ich hab irgendwie nicht von allen irgendwas gefunden. Ich glaub, ich hab irgendwelche Sachen übersehen. I thought that my room was... She says the kitchen. It shows no sign of sandwich making. Oh, yeah. See, I couldn't find the mayo. And, well, you know, a sandwich just ain't a sandwich without the white stuff. Men, so lost without a woman's touch. Come with me, monsieur. I have finished my cleaning, and now I make for you the big sandwich, yes? Hmm, well, I suppose I could stand. A nibble out, too. Hmm. Aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschöpüüüü.